Musik Ja, ihr Lieben, ich lege euch diesen Online-Kongress sehr ans Herz, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einen inneren Ruf, da will etwas gelebt werden, ihr möchtet euer wahres Selbst entdecken und einfach ein Leben führen, was euch Erfüllung schenkt, also wahres Glück, Freude, Liebe, all das, was jetzt ins neue Zeitalter gehört, dann findet ihr hier ganz, ganz viel Inspiration. Vielen Dank.